Seit Jahren beliefern wir nicht nur Kunden weltweit, von denen wir über 150.000 haben, nein, wir begeistern sie vielmehr aus Nürnberg heraus mit unserer Lieferfähigkeit und vor allen Dingen unserer Liefergenauigkeit. Und damit wir auch in Zukunft Rekorde schreiben dürfen und können und weiterhin Produkte und Lieferungen, Produkte liefern und es zuverlässig bauen wir diese Logistik City. Um aber nicht nur zukünftiges Wachstum zu ermöglichen, sondern vor allem auch neue Standards in der globalen Supply Chain setzen zu können, benötigen wir eine neue Dimension der weltweiten Versorgungssicherheit für unsere Kunden. Logistik 4.0, wir kommen! Wenn alles fertig ist, dann haben wir mehr als 100.000 Quadratmeter logistische Flächen, es wurden mehr als 12.000 Tonnen Baustahl verbaut, 300.000 Kubikmeter Erde bewegt und bis zu 800 Kilometer Kabel verlegt. Zusammengefasst entsteht an dieser Stelle die weltweit leistungsstärkste Logistik für den Bereich Werkzeuge und davon profitieren vor allem unsere Kunden in allen Herren Ländern, in allen Hoffmann-Vertriebsgebieten rund um den Globus. Heute jedenfalls in der Champions League muss man beides zugleich können. Sie können beides. Präzise und schnell. Und Schnelligkeit definiert sich über ein kluges Logistikcenter. Hoffmann muss wissen, was Hoffmann weiß. Und Hoffmann muss auch in der Lage sein, dann die Kundenwünsche so schnell wie möglich umzusetzen. Wer da zögert, ist im internationalen Wettbewerb hinten dran. Und das Zentrum hier ist deswegen auch so existenziell, weil es auf Dauer die Chance und Möglichkeit gibt, dass man den Kunden ganz schnell, und zwar dann, wenn er ein Problem hat, auch nicht nur die langfristige Planung bedient, hilft, unterstützt und damit insgesamt den Service deutlich verbessert. Und mit Service schafft man Kundennähe, Kundenbetreuung und damit auf Dauer auch Vertrauen, gerade in globalen Prozessen, die Welt herstellt. Ich bin gerne heute gekommen. Es ist beeindruckend. Es ist, ich glaube, mehr eine Kathedrale der Logistik als Logistic City, was Sie hier herbauen mit 21,5 Hektar. Das größte Projekt der Firmengeschichte. Aber es ist auch die größte Industrieansiedlung in der Stadt in den letzten Jahrzehnten. Nach Fläche, aber durchaus auch von der Bedeutung her. Für die Firma Hoffmann, ja, das zukunftsweisende Projekt. Ohne das ging es nicht. Das ist, ja, der Schritt in die Zukunft. Und deswegen war dieses Projekt für uns wichtig. Und auch als Gesellschafterinnen fühlen wir uns natürlich sehr verantwortlich, dass für die Firma Hoffmann auch die Zukunft in der Form weitergeht und alles zur Verfügung ist, was die Zukunft erfolgreich macht. Das ist, ja, der Schritt in die Zukunft ist. Das ist, ja, der Schritt in die Zukunft ist. Das ist, ja, der Schritt in die Zukunft. Vielen Dank.